Der war leider auch noch geil geschossen, ey. Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. So Freunde, da bin ich wieder beim HSV. Ich bin es, euer Manni. Hör mal, hier zwei Flamingos, wie seht ihr denn aus? Was ist das denn hier? Ist das geil? Was soll das denn heißen, Manni? Du hast die ganz falschen Farben, Mann. Das sind die neuen Auswärtstrikots, nicht das? Pink, klar, das war doch meine Idee letztes Jahr mit dem Mannschaftsbus, wisst ihr noch? Genau, Manni, genau. Ja, aber anziehen tue ich das trotzdem nicht, das könnt ihr vergessen. Was soll das denn jetzt? Komm, Manni, jetzt mach dich mal fertig, zieh dich um jetzt, komm. Ich zieh das nicht an, ich bin doch hier nicht Pink Panther oder was? ZZ ziemlich zügig jetzt, ab in Pink jetzt. Pass auf, mach mal so, wir machen Elfmeterschießen, ich im Tor, ihr schießt, und wenn Fünfe reingehen, Fünfe, zieh ich das an. Mit einem Bein oder was, soll ich hüpfen? Und Augenbinde, Manni, und Augenbinde. So, nicht labern, schießen, komm. Hör auf mit der Lacherei. Ich find das überhaupt nicht witzig, ich seh aus wie Schweine im Weltall. So kann ich doch beim HSV nicht als Busfahrer arbeiten. Manni, aber bei Olivia Jones auf der Reeperbahn. Aber weißt du was? Wir haben dir was richtig Geiles mitgebracht. Guck dir das mal an. Nur für dich, Manni. Nee. Nur für dich. Guck dir das an. Das ist ja sensationell. Ist das meins oder was? Nur deins, Manni. Aber wieso die 0, was soll das? Pass auf, die 0 haben wir noch nicht im Team. Und die passt perfekt zu dir. Und was ist meine Aufgabe dann? Ja, einer muss sich auch schuld haben, wenn wir verlieren. Ja, sehr witzig. Ich zieh das jetzt erstmal an, dann guck mal weiter. Moin Training, kommt 10 Uhr. Ja, ihr habt weitere Clips sehen wollt mit mir, mit Icke. Mannschaftsbus.de, da ist alle zu sehen. Also, wir sehen uns. Icke ist die Raute.